So, was geht ihr Freunde, Schatz? Willkommen zu nächster weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vor kurzem wurde die Bandlist gedroppt. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, tut mir leid, ich hatte halt letzte Woche kaum Zeit Videos hochzuladen und jetzt habe ich mal jetzt das Arc 5 auch draußen an den heutigen Tag und dann hole ich jetzt im Livestream live die Besprechung der Bandlist nach bzw. auch der Skilländerungen, die ja sehr gut sind. Ja, und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Karten an und ich kenne die Bandlist schon, also nicht wundern, dass ich da jetzt nicht so OH MY GOD drauf reagiere. Als erstes haben die Künstlerkumpel Rufen schon mal auf eins limitiert, weil sie denken vielleicht die Karte wird zu krass, weit unnötig, weil ich sie kann man sich bis zu zwei Künstlerkumpeln hinzufügen, deren gemeinsamer Angriff eines annullierten Monsters, was man mit dieser Karte annullieren kann. Ja, also war jetzt unnötig, also ist ja egal. Dann auf zwei limitiert ist jetzt auch noch Cyberloads Fusion, also Cyber Dragon ist endgültig tot, man kann jetzt eigentlich nur noch einmal der kybernetische Fusions-Support und die Cyberloads Fusion jetzt spielen. Und hier Dingens, Kybernetischer Overflow kann man jetzt komplett vergessen, die ist raus. Und zu Cyber Dragon kommen wir aber gleich auf jeden Fall noch, also da wird jetzt sich krass was verändern. Also Cyber Dragon wird jetzt ganz anders gespielt werden müssen, weil das kann man jetzt vergessen, wie es jetzt ist. Dazu kommen wir aber gleich auf jeden Fall noch. Dann als nächstes vornehmer Egotist, auf zwei, so wollen sie einfach, ja, diese Karte, wie sie es schreien, diese Karte wird limitiert, um zu verhindern, dass die Harpie der Zugriff auf limitiert zwei Karten haben. Treacherous einfach. Niemand will Treacherous mit Harpien sehen. Niemand. Deswegen haben die es auf zwei gemacht. Und dann haben die aber, der Schlimmste, der finde ich persönlich ist, der Unabender Wolf, das heißt, ähm, Panda Dragons kann jetzt auch Wiedersehen sagen, denn jetzt können sie nicht mehr, ähm, entweder zwei Kopieren von Sarkophag oder zwei Kopieren von, äh, nicht Brigade spielen, sondern können eigentlich nur noch zweimal Unabender Wolf oder vielleicht zweimal die Brigade spielen. Oder zweimal der Sarkophag, wie man halt will. Man kann sie auf jeden Fall nur 1-1 oder 2-0 spielen. Anders geht es leider nicht. Ich würde das dann immer noch mit zwei Unabender Wolf lassen. Das ist immer noch besser, aber das ist schwierig. Das Deck wurde damit ein sehr guter Consistency-Hit gegeben. Man kann zwar immer noch Raiden drin spielen, aber anders, das Deck wird dadurch jetzt extrem geslöpelt, dass es halt, egal ob es jetzt first geht oder nicht, ähm, halt nicht so gut in seine Züge reinkommt. Das ist, ähm, nicht leicht. Aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter. Und auf drei limitiert wurde jetzt die Wasserlauchfallgrube. Endlich wurde eine der nervigsten Karten in Deck mal gehittet. So will man einfach verhindern, dass Pendel einfach von dieser Karte komplett haupts genommen wird. Weil diese Karte sagt einfach aus, dass wenn ein Gegner ein oder mehr Monster beschwört, das heißt Pendelbeschwörung, alle Monster direkt dann verdeckt in Verteidigungsposition. RIP! Auch wenn diese Karte in der einen oder anderen Form schon sehr lange im Metagame enthalten ist, limitieren wir diese Karte, um das Tempo von Duellen zu verbessern. Eben deswegen, um Pendel halt jetzt ein bisschen noch Vorsprung zu geben, weil ohne die, wenn die Karte jetzt noch so drin geblieben wäre, RIP! Ähm, und dann nicht mehr auf der Liste sind jetzt Amazonische Ansturm. Gut für das Deck, dann kann es jetzt aber immer noch, jetzt kann es wieder Wasserlauchfallgrube, jetzt kann es zusammen mit Wasserlauchfallgrube spielen, aber ist ja relativ egal. Die Karte war auf, die haben es auf drei getan, um zu testen, aber hat nichts getan. Das Deck tut jetzt immer noch nichts und es wird auch jetzt auch drei nichts mehr tun. Es wird ein Fun-Deck sein und mehr nicht. Ich kann dieses Deck aber gerne dann jetzt mal auch mal bald spielen, das könnte lustig werden. Und geheime Passage zum Schatz, es ist eine Trollkarte gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Bandlist-Video gesagt habe, ob die runter kann oder nicht. Ich hoffe ja, ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass ich das gesagt habe, weil das einfach nur eine Trollkarte ist. Da sie halt in aktuellen Metagame, wie es da steht, einfach komplett überflüssig ist. Und das war es auch schon zu den Karten. Am heftigsten sind aber die Skills und die gucken wir uns jetzt mal direkt wieder an. Da wurde unter anderem, also verbessert, wurde bösartiger Held, 6.6. Waffe, Galaxy-Photo wurde verbessert und Festung der Maschinen. Und jetzt wurden verschlechtert On-N-Wanna-Play, Cyber-Style, Demon-Resonance, Z-Delta-Excel, Endless-Trap-Hell und Hero-Flash. Also es wurden die wichtigsten Skills auf jeden Fall, die genervt haben und nicht die Assi-Warn einfach gehittet. Danke, Kum-Nami. Wir haben euch alle lieb und wir gucken uns jetzt diese Änderung mal zusammen an. Bei bösartiger Held weiß ich jetzt nicht, was die Änderung ist. Also füge deinen Deck zu Beginn, dass du in zwei böse Helds, Militius Edge und eine Dark Fusion hinzu. Bla, bla, bla. Also könnt ihr euch jetzt hier einfach mal, ich drücke auf Skip, ich glaube auf diese Karte gehe ich jetzt nicht mehr ein. Die ist relativ egal. Der wird auch keine Änderung machen, der ist einfach für Free-to-Play bösartige Helden, also Evil-Hero-Deck-Star. Bei 6. Waffe wurde an den Texten nichts verändert. Man kann sich einfach jetzt nur noch, weil jetzt ein paar neue 6 Waffen ins Game gekommen sind, kann man jetzt die einfach dadurch auch nochmal spielen. Bei Galaxy Photon wurde einfach, also der Skill wurde einfach nur so abgeändert, dass man jetzt im Extra-Deck auch Nummer-Monster spielen kann. Also man kann sich immer noch, man kann immer noch ein Galaxy-Monster oder ein Photon-Monster von der Deck zurück mischen. Dann immer ein Photon- oder Galaxy-Monster halt eine Zauberkarte suchen oder Falle. Aber man kann jetzt halt auch, um den Skill zu aktivieren, auch noch Nummer-Monster im Extra-Deck spielen. Was echt cool ist, dann kann man zum Beispiel Malevolent-Sin auch noch spielen, was echt nice ist. Dann wurde Fessung der Maschinen verbessert, lege ein McCloud-Monster von deiner Hand in das Deck seines Besetzes zurück und füge deiner Hand ein McCloud-Fessung von außerhalb deines Decks hinzu. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Spielzug und zweimal pro Duell verwendet werden. Keine Ahnung, ob das gut sein soll. Wenn ihr euch da auskennt, go for it. Und dann der allerwichtigste Skill, würde ich jetzt mal sagen, ist Honor-Monter-Play. Der kann jetzt erst nur noch ab dem dritten Spielzug verwendet werden. Sehr gut, dann kann man nämlich, denn der First-Turn ist dann direkt RIP. Lege eine Subababa, Ga-Ga-Ga, Go-Go-Go, Do-Do-Do, Monster von deiner Hand in dein Deck zurück. Monster. Zauber und Fallen funktionieren jetzt auch nicht mehr, weil man hat sich auch gerne den Do-Do-Draw oder die Ga-Ga-Ga-Bowl zurück ins Deck gemischt. Und dann kann man sich ein Subababa, Ga-Ga-Ga, Go-Go-Go, Do-Do-Do, Monster von Deck hinzu hügen. Wird nur aktiviert, wenn du das Duell mit einem Deck beginnst, das die folgenden Bedingungen entspricht. Und sie kann nur Once per Do jetzt eingesetzt werden, nicht mehr Twice, Once. Und das Sektor muss mindestens 12 Subababa, Ga-Ga-Ga, Do-Do-Do und Go-Go-Go Monster enthalten. Und das Deck enthält mindestens zwei oder mehr Utopia-Exist-Monster. Und kein Monster mit Rang 5 oder höher, die nicht Nummern oder 6 Reppin-Monster sind. Also sagt dieser Skill auch noch, man darf jetzt nicht mehr M7 und Photon-Bouncer spielen. Man könnte jetzt statt Photon-Bouncer immer noch Force-Focus nehmen, das wäre kein Problem. Aber die besten Karten sind raus, die Fähigkeit ist jetzt Once per Duel ab dem dritten Spielzug erst. Das heißt, First-Turn ist dieses Deck auch nicht mehr gut. Ich bin absolut zufrieden. Das Deck wird jetzt instant von der Meta verschwinden, weil es einfach nicht mehr konsenslich genug ist. Finde ich gut. Und dann das beste Cyber-Style. Endlich. Kann nur für einmal verwendet werden, falls deine Live-Points auf 2000 oder da runterfallen. Für jede 1000 Live-Points unter 4000 Spiele ein Cyber-Drache mit 0 ACK von deiner Hand und deinem Deck auf die Spielfeldseite. Das ist sehr gut. Man kann jetzt kein Protossyber-Drachen mehr von irgendwoher, man muss ihn vom Deck spielen. Ja, also man kann nicht mehr instant in seine Fusion rein und man kann in den Zug, wo man den aktiviert hat, auch nur Cyber-End-Drache holen. Das heißt, Camara-Attack-OTK ist auch nicht mehr möglich. Und Cyber-Drachen, die durch diese Fähigkeit gespielt wurden, können nicht als Tribut angeboten werden. Und während er sich offen auf der Spielfeldseite befindet, kannst du keine Spezialbeschirung mit Ausnahme einer Fusionsbeschirung durchführen und nicht angreifen, außer mit Fusionsmonstern. Also der Skill ist jetzt auch tot. Den wird man jetzt auch nicht mehr verwenden. Das heißt, man muss es ganz anders spielen. Dann wurde Demon Resonance noch ein bisschen genervt. Nicht so krass, wie ich dachte eigentlich, aber er wurde genervt, was nicht so schlimm ist, weil das Deck wird dann immer noch gut sein. Es hat halt nur einen kleinen Nebeneffekt, dass er das stören könnte. Und kann jetzt vermeldet werden, indem man ein Resonator-Monster von der Hand ins Deck zurücklegt. Vorher durfte man nur einen Resonator vorzeigen, jetzt muss man ihn auch ins Deck mischen, aber das ist relativ egal, weil das komme ich gleich noch zu. Füge deine Hand einen Monster Stufe 4 oder niedriger von dein Deck hinzu. Das ist cool, weil vorher waren es nur Fiend-Monster, also Unterweltler-Monster, die man sich hinzufügen konnte. Jetzt darf man sich jede Stufe 4-Monster suchen, das ist cool. Aber dazu kommt man später noch, weil das wird eh nichts bringen. Du kannst in den Spielzug, in dem du durch diese Fähigkeit hinzugefügte Karte oder gleichen Namen nicht aktivieren. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel nicht den Wild Wind spezial beschwören oder so. Ne, der hat ja seinen Effekt... Ne, er beschwört sich durch seinen Effekt, aber er wird nicht aktiviert. Das heißt, man kann ihn spezial beschwören, aber man kann halt Effekte nicht nutzen, um zum Beispiel den Doom-Curl wird halt nicht benutzt. Diese Fähigkeit wird nur aktiviert, wenn du das Duell mit einem Deck beginnst, das die folgenden Bedingungen entspricht. Und sie kann immer noch twice per Duell eingesetzt werden. Das heißt, sie kann immer noch ab dem ersten und dritten Spielzug benutzt werden. Das ist cool, finde ich gut. Dafür sind die Restrictions halt ein bisschen härter geworden. Aber das passt absolut, das ist vollkommen in Ordnung. Und das sagt, die sagt nämlich, dein Deck enthält acht oder mehr Resonator-Karten im Deck und enthält keine Monster, die nicht Monster vom Typ Drachen oder Unterweltler sind. Und da ist nämlich das Ding, man kann also keine anderen beliebigen Stufe 4-Monster spielen, außer Fiend- und Drachen-Monster. Aber da gibt es auch bestimmt coole Karten, die man dann trotzdem spielen kann. Man muss jetzt acht oder mehr Resonator-Karten spielen. Das sollte eigentlich passen. Man spielt entweder dreimal Resonator-Call, also ich würde dreimal Resonator-Call, dreimal Crimson und zweimal den Red spielen. Oder dreimal Red, dreimal Crimson und zweimal Resonator-Call. Dann hat Sinn, ist man auf seinen acht Resonator-Karten. Dann passt das. Aber der krasseste Nerf ist immer noch, dein Extra Deck enthält Rotrachen-Erzunterweltler und Rotanover-Drache und enthält keine Monster, die nicht finsteres Monster vom Typ Drache oder Synchro-Monster vom Typ Unterweltler sind. Die haben jetzt noch Unterweltler, glaube ich, hinzugefügt, weil das ging vorher, glaube ich, nicht, wenn ich mich nicht irre. Aber man muss jetzt Red Dragon Archery und Rotanover-Drache spielen. Mich persönlich stört das nicht, ich finde das cool. So kann man es dann halt gut spielen. Und dann haben die noch The Dragon Knight's Path ein bisschen genervt. Man muss jetzt durch den einfach nur statt einer beliebigen Katze ein Monster ins Deck zurückmischen. Also das sollte jetzt kein Problem sein. Das ist nicht schlimm. Alle anderen Restrictions sind gleich. Und bei Set, Delta, Excel haben die nun eine Kleinigkeit, glaube ich, gemacht. Ja. Ich muss nur kurz gucken, was war das. Man muss, ah ja, genau, man kann halt jetzt dieses Tech-Genius-Monster, dieses Zweier-Ding, nur beschwören, indem man eine Tech-Genius-Karte von seiner Hand noch ins Deck zurücklegt. Das heißt, man muss erstmal irgendwas haben, um das halt noch machen zu können. Also es hätte mich jetzt nicht gestört, wenn es jetzt nicht passiert wäre, weil Set, Delta, Excel ist jetzt nicht so krass. Ist cool, aber muss, der hätte jetzt nicht gemacht werden müssen. Und Hölle der unteren Fallen ist jetzt auch endlich genervt worden. Gott sei Dank, ich hasse, wir haben diesen Skill gehasst. Jetzt muss man, äh, jetzt kann man sich nur eine Karte, eine zufällige Fallenkarte von seinen Friedhof hinzufügen, also man kann sich das auch nicht mehr aussuchen. Und man legt da nur noch eine Karte. Und lege eine Karte von deiner Hand auf dein Deck zurück. Das heißt, man muss auch nochmal minus eins gehen, um diese Falle zu bekommen. Und man recycelt seine Karten nicht mehr. Weil vorher hätte man den Rest, man wählt drei, eine davon kriegen wir dann auf die Hand und der Rest geht ins Deck zurück. Das, es gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss sogar minus eins gehen. Beziehungsweise man geht eigentlich neutral, aber trotzdem. Man geht dann nicht plus, indem man noch eine Falle zieht und dann einfach diesen Skill aktiviert und dann noch eine bekommt. Das wäre, das haben wir, Shiranui jetzt endlich ist da raus. Apropos Shiranui, man kann deswegen jetzt auch bodenlose Fallgruppe nicht mehr in Shiranui spielen, weil die auch drei ist, wegen Spectral Sword. Nice. Und Hero Blitz haben die jetzt einfach so abgeändert, dass man einfach nur noch Heldenmonster mit diesen Skills spielen kann. Fertig. Ja, das war es dann doch eigentlich mit der Bandlist. Also ich freue mich, die Meta ist so gut wie tot. Ich weiß gar nicht, Resonator ist Resonator noch auf der Tierlist. Ich gucke mal bei Duel Links Meta ganz kurz. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Also dort ist Resonator sogar noch auf der Tierlist. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, Resonator wird noch draufbleiben. Hab ihn auf jeden Fall, die haben ja kaum was abbekommen. Also die könnte ich mir als Tier 1 Deck dann vorstellen. Tech Janice wird auch draufbleiben, höchstwahrscheinlich, genauso wie Gaia. Aber Onomat, Thunder Dragon, Cyber Dragon, die werden alle drei auf jeden Fall runtergehen von der Meta, also von der Tierlist. Da kann man zu 100 Pro von ausgehen. So, das war es dann auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und folgt mir auch gerne auf Twitch. Gleicher Name wie hier. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal und ciao. Leute. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal.